hallo zusammen ich möchte heute mal ein paar zitate vorlesen und zwar habe ich mal wieder eine word datei entdeckt oder eine word datei entdeckt die ich vor langer zeit mal erstellt habe wo ich so ein paar zitate gesammelt habe und die habe ich jetzt nach mehreren jahren wiedergefunden und wenn man zitate mit so ein bisschen abstand mal wieder liest dann wirken sie noch mal ganz anders ja es gab ja einen grund warum ich sie mir damals aufgeschrieben habe und ja ich möchte einfach mal die zum besten geben einfach mal vorlesen man darf sie gerne einfach mal auf sich wirken lassen und vielleicht finde ich ja noch ein paar worte dazu dann nach jedem zitat ich fange mal an früher hieß es man müsse als pädagoge oder lehrer hart durchgreifen damit schüler einem nicht auf der nase herum tanzen man dürfe besonders am anfang nicht zu weich sein da sonst autoritätsverlust und machtübernahme durch schüler drohe heute verliere ich als pädagoge vermehrt an autorität und glaubwürdigkeit wenn ich mich hinter meiner lehrer rolle verbarrikadiere mein handeln mithilfe pädagogischer gründe zu legitimieren versuche und den schulfrieden ausrufe um konflikte und autonomie bestrebungen im keim zu ersticken jungen menschen wird oft vorgeworfen sie würden grenzen austesten und erwachsene gegeneinander ausspielen wollen ich bin anderer meinung ich meine dass viele unserer schüler das alte lehrer schüler rollenspiel nicht mehr akzeptieren und mittels herausfordernder herausfordernder verhaltensweisen herausfinden wollen wer sich hinter der pädagogen maskarade verbirgt sie kratzen so lange an der fassade des erwachsenen bis dieser die fassung verliert und sich als echter mensch zu erkennen gibt ich glaube das habe ich mal von einem pädagogen der auf facebook einen kanal hatte ich weiß leider nicht mehr wie dieser pädagoge hieß und das zitat fand ich besonders wertvoll und wichtig und das habe ich mir herausgeschrieben und ja wenn man bedenkt dass früher die kinder aus gehorsam oder aus respekt vor erwachsenen lehrern erziehern den mund gehalten haben und heutzutage man oft von einer verrohrung spricht von dieser rotz nasen mentalität von die haben gar keinen respekt mehr dann ist oft der konsens früher ware das gut und heute das mit diesem respektlos ist schlecht wenn man sich aber dieses zitat hier anhört und das aus dieser perspektive sieht dass sie den echten menschen kennenlernen wollen ja dass sie im prinzip etwas entdecken wollen was wirklich echt ist was ja was keine fassade ist was was sich nicht hinter pädagogischen maßnahmen verbirgt dann merkt man doch dass im endeffekt es etwas gutes ist was passiert und dass heute eine erziehende person das können eltern sein das können lehrer pädagogen erzieher sein dass sie sich selbst an die eigene nase packen müssen und selbst ja sich anstrengen müssen dass es anstrengend ist dass man nicht einfach sich hinter pädagogik und autorität verstecken kann sondern dass man zurückgeworfen wird darauf dass man echt authentisch sein muss und nur dann kriegt man bekommt man einen zugang zu den kindern und wenn man das nicht tut dann hat man heutzutage oft keine chance mehr und das ist nicht unbedingt eine schlechte sache sondern eine gute sache und sie ist aber anstrengend ja man muss an sich selbst auch arbeiten und das wollen viele nicht und ich finde dieses zitat wunderbar dafür ja das zudem jetzt mein nächstes zitat es wird leider immer wieder männer geben die solche taten begehen es ist unvermeidbar keine mauer keine überwachung keine bürgerwehr kein gentest wird das jemals verhindern können wir müssen mit der tatsache leben dass es männer gibt die voller hass und bereit dazu sind diesen hass in gewalt eskalieren zu lassen wir alle fühlen uns machtlos wenn wir so etwas hören und bei manchen fühlt dieses gefühl der machtlosigkeit zu einer überreaktion dem wunsch nach vergeltung nach forderung nach absoluter sicherheit ich freue mich über jeden der in solch einer situation nicht voreilig urteilt und sein umfeld nicht mit wilden theorien und voreiligen handlungen anstachelt gerade direkt nach so einer tat wenn weder polizei noch medien wirklich wissen was gerade geschehen ist und was die hintergründe sind sollte man besonnen bleiben man muss sich nicht direkt zehn minuten nach so einer meldung eine meinung bilden weil sie auf nichts basieren würde was man fakten oder wissen nennen kann es bringt nichts als minuten nach dem bekannt werden eines verbrechens am rechner zu sitzen und hasstiraden gegen welche auch immer gearteten persönlichen feindbilder ins internet abzugüllen es schürt nichts als hass unsicherheit und angst und wenn die welt meiner ansicht nach drei dinge auf keinen fall mehr braucht dann sind es hass unsicherheit und angst es klingt so abgegriffen aber ich denke es ist richtig wenn eine ein wenn eine unmenschliche tat dafür sorgt dass wir selber unmenschliche dinge fordern dann hat der täter gewonnen das letzte was ich will ist das ausmaß der gestrigen tat zu schmälern wenn ich lese wie viele münchner gestern unter dem hashtag großzügig wild fremden menschen einen platz in ihrem zuhause angeboten haben macht mir das trotzdem einfach nur hoffnung also was bleibt nach so einem abend ein typ wird zur bestie tausende zeigen menschlichkeit bitte seht dieses verhältnis keiner kann verhindern dass morgen der nächste junge verwirrte typ zum hass getriebenen mörder wird aber sie sind eben nicht machtlos wir sind eben nicht machtlos jeder von uns hat die möglichkeit zu verhindern dass dieser hass sich weiter verbreitet hass führt zu mehr hass ich glaube das ging damals um die amok tat in münchen ich bin mir nicht mehr sicher auf jeden fall habe ich das nach diesem tag im facebook oder twitter oder irgendwo in dem forum oder blog gelesen und ich fand es so wichtig weil das kann man nicht nur auf diese amok tat beziehen das kann man auf ganz ganz viele dinge beziehen gerade in den letzten zweieinhalb jahren was wir erlebt haben und wie schnell geurteilt wurde wie auch medien schnell geframed haben wie einfach über gewisse meinungen ein deckel drüber gesetzt wurde und man hat durch vorgabe der medien nur noch diesen deckel gesehen und hat sich gar nicht mehr mit inhalten und mit den menschen dahinter beschäftigt genau das ist das problem wir alle können etwas tun indem wir hier nicht schnell vorschnell urteilen indem wir nicht angst unsicherheit und gewalt fordern ja dasselbe fordern was quasi vorgelebt wurde oder ja dasselbe nur in an für andere menschen fordern was wir selbst als niemals ja als als uns fern betrachten das ist ganz ganz wichtig also finde ich eine ganz finde ich ein ganz schönes zitat es geht weiter ich habe noch drei stück soweit ich hier richtig sehe waches bewusstsein ist ein unglaublich präziser sensor für echtes leben als kinder folgten wir diesem untrüglichen instinkt wir gingen ganz selbstverständlich auf das zu was uns faszinierte wir blieben wenn es uns gut tat wir nahmen uns das recht heraus uns abzuwenden wenn uns etwas schadete oder langweilte wie sieht es heute mit dir aus vertraust du diesem instinkt immer noch nimmst du dir das recht heraus der spur des lebens zu folgen oder bleibst du gut erzogen auf der heißen herdplatte oder im sumpf sitzen und gibst vor nicht zu merken was dir fehlt lebendigkeit ist dein geburtsrecht ja auch ein wunderbares zitat wir selbst sollten vielmehr wieder kind sein wir sind so konditioniert durch was ist die norm was wird erwartet was muss ich tun um gut dazustehen um gemocht zu werden um von der gesellschaft anerkannt zu werden wir sind so gehirngewaschen in dem sinne was wir sein sollen und spüren gar nicht mehr was wir sein wollen und als kinder durften wir das noch und oft hat uns das aber die schule dann auch ganz schnell ausgetrieben und heutzutage gibt es pädagogische ansätze die dieses antrainieren was man sein soll verzögern oder sogar verhindern und gute pädagogik gute lehrer ein gutes elternhaus können das vermeiden aber wir haben früher die sozialen medien noch nicht gehabt wenn ich an dinge wie facebook tik tok instagram denke dann ist das ein neues phänomen was noch viel mehr als vielleicht damals die schule die strenge schule und das strenge elternhaus es vermochten die kinder in eine richtung zwängen zu sein wie ihnen es gesagt wird oder wie sie likes und anerkennung bekommen und zwar nicht direkt wie früher sondern digital abstrakt was das ganze noch eher schlimmer macht das heißt wir brauchen heute noch viel mehr enge menschliche bindungen mit nähe mit wertschätzung mit auf augenhöhe sein mit liebe als früher weil heute noch viel mehr faktoren da rein spielen die uns und unseren kindern das schwer machen wirklich zu entdecken was was tut mir gut und was tut mir nicht gut und was langweilt mich ja das noch mal dazu ganz ganz wichtig so das vorletzte zitat in deinem leben ist immer noch sehr viel mehr möglich als die im augenblick lebst privat beruflich spirituell die frage ist willst du herausfinden war es wenn ja dann verkneift dir jammern recht haben wollen neid eifersucht groll richte deinen geist auf das aus was du wirklich wirklich willst dein leben folgt deinem fokus das passt sehr gut zum letzten zitat entdecke wieder das kind in dir was fasziniert dich ja was löst bei dir ein kribbeln aus wo zieht dich deine leidenschaft hin entdecke sie und dann folge ihr dein leben und alter dein ganzes umfeld wird sich nach diesem fokus ausrichten das habe ich selbst in meinem leben erlebt ich bin mir sicher das hat jeder in verschiedenen abstufen auch in seinem erlebt aber wir werden immer wieder zurückgezogen in das was wir sollen wir haben immer wieder angst aus uns rauszukommen auf messers schneide zu laufen weil wir angst vor verlust haben vor arbeitsplatz verlust vor beziehungs verlust vor dem verlust von anerkennung aber wir erkennen nicht dass das uns immer wieder in dieselbe spirale zurückwirft wir erkennen nicht dass wenn wir unserem instinkt unserem unserer leidenschaft folgen und auch risiken eingehen und auch verlust in kauf nehmen dass wir nur dann ein erfülltes leben führen können das zudem zitat auch wunderschön das letzte zitat an welchen stellen gibst du deine beziehungen auf und hier glaube ich rede das zitat von allen arten von beziehungen wann hörst du auf zu kommunizieren wann entscheidest du dich in dein schneckenhaus der vorurteile zurückzuziehen anstatt gerade dann wenn es weh tut passt wieder zum letzten zitat merke ich einen schritt auf den anderen zuzugehen wer wer hat je behauptet dass kommunikation immer einfach wäre wir sind keine vollkommene spezies im gegenteil wir sind technologisch weit entwickelt doch in unseren beziehungen noch sehr unbeholfen wir können uns darüber noch ein paar tausend jahre beklagen doch ich fürchte die zeit haben wir nicht wir können und müssen schneller lernen was es bedeutet im feuer einer beziehung stehen zu bleiben entwicklung findet nicht im rechthaben statt sondern im wachen nicht wissen das öffnet sich wenn du genau dann wenn du normalerweise fließt oder angreifst stehen bleibst still wirst und alles fühlst und dich dann fragst was habe ich in dieser beziehung noch nicht gegeben deine mitmenschen brauchen dich hier finde ich das so schön im wachen nicht wissen stehen bleiben nicht angreifen nicht flüchten fühlen ja die gefühle fühlen damit sie gehen können ja die angst ist dein gefühl da komme ich wieder zu robert betz jetzt zurück ja im wachen im feuer stehen bleiben auf messer schneide die letzten drei zitate die 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 gehen wunderbar ineinander über finde ich ja also ich habe mir diese fünf zitate noch mal durchgelesen und fand ich wieder sehr sehr inspirierend soviel dazu und wir sehen uns im nächsten video bis zum nächsten video